Gehen wir. Guten Morgen. Wir sind vor zwei Tage nach Fischen gefahren. Ja. Zum Radfahren und stehen gerade mit unserem neuen Wohnmobil auf dem Wohnmobil-Stellplatz. Am Tennis-Club. Tennis-Club, ja genau. Ja, das ist ein toller Tipp. Und wir machen heute eine Radtour ins Euttal zum Stülpenwasserfall und eventuell noch zu der Käsealpe. Ja. Wenn der Akku langt. Das kriegt man hin. Ja, wir haben nämlich unsere Radekabel vergessen. Und ja, Evelin, ihr Rad ist noch relativ voll. Der Akku ist noch voll. Müsste reichen. Ja. Bei mir, ich habe noch 70 Prozent. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ja, jetzt geht es erst einmal von Fischen nach Obersdorf. An der Schanze vorbei in Säuttal. Und weiter zum Stülpenfall. Zum Wasserfall. Stülpenwasserfall. Stülpenwasserfall, ja genau. Ja, ich bin schon gespannt. Ja, Schatzi, bist du fit? Jawohl. Gut geschlafen. Jetzt fahren wir mal vor. Ausgeruht. Semmi ist auch dabei. In seinem Hänger. Ja, mittlerweile hat er sich auch gewöhnt an dem Hänger. Gell? Ja. Am Anfang wollte er gar nicht rein. Letztes Jahr. Und jetzt ist alles gut. Ja, den werden wir nachher auch mal ein bisschen laufen lassen, damit er müde wird. Genau. Ja, die Nacht heute in Wohnmobil. Die war gut. Wir haben gut geschlafen. Oder? Sehr gut. Hast du gut geschlafen? Absolut ruhig. Sehr gut geschlafen. Ja. Ja, war auch wenig los, gell? Ja, war wenig los. Die Luft war richtig schön farfrisch. Also richtig aminig. Ja. Kann man empfehlen. So, Fahrrad hinten. Jawohl. Gehirn. So, wir sind es hier. Alles gut. Alles gut. Wollt gucken. Im Moment. Musik Schiff. Schiff. Läumen. Ja. In diesem Monat. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, jetzt sollen wir hier anhalten oder weiterfahren oder was machen wir? Da haben wir Zeit. Ja, der will jetzt halt springen. Ja, der will jetzt halt springen. Ja, der will jetzt halt springen. So, noch eine kurze Pause. Und eine leckere Gulaschsuppe, oder? War sie gut? Ja, Evelina saugschmeckt. Geht es jetzt weiter Richtung Suiben, Wasserfall. Aber der Tiger wird hier durchgeschüttelt, oder? So. 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 so ein Betonweg. So. So ein Betonweg. und Carlylar. So. 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 And er tegen mich auch aufFilde des Teattekers für gestimmen Vermeckere. Ha ha ha! Schaut euch das an wo die ist Bitte? Doch die geht Nein ich glaube nicht nach vorne Das ist nur das Stückchen So jetzt wird wieder geschoben Selber Linie Radschieben mit dem Semi Ja da ist hier schon wieder was abgegangen Und die Straße ist zugeschüttet Ja Ja so ist halt Geht Das gibt Kraft Ich habe dieses Jahr fünf, sechs Mal geschoben schieben müssen Und sogar im Schnee noch Das gibt Power Ja Semmi, alles gut? Ja da ist schön was abgegangen hier So weiter geht's Drei Ich habe das in der V rumah in Drei 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, jetzt gehen wir das kurze Stückle zum Wasserfall hoch. Evelyn und der Simi sind schon oben. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, jetzt sind wir aber auch getuscht, oder? Ja. Muss man heute Abend nicht mehr tuschen. Und gewaschen. Und gewaschen, ja. Das ist wirklich sauber. Ganz nackt. Schön. Aber jetzt musst du aufpassen. Warte, ich gucke mal, ob es geht. Pass auf, rutsch nicht aus. So, weiter geht's. Zu der Alpe hoch. Was macht der Akku? 42% der Schafenbühre. Ich gucke mal. Ich gucke mal. Ich gucke mal. Du musst dich laufen lassen, du! Super, und was macht der Tiger? Ja genau, jetzt kann man mal gucken ob da Kühe haben, ich glaube nicht, die sind alle schön, sieht es aus, gell, unter im Tal, super. Geht'shaft! Geht'shaft! wo ist der tiger so eine kleine pause schön sieht der kuchen aus johannisberg käsekuchen klasse, lass es dir schnell nicht mehr verdient ja genau schön sieht es hier aus und der semizid, der willst es frauen schön war es es gab lecker kuchen, kaffee kaffee Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Ja, da geht's noch. Aber ihr hatt's richtig gewütet, du. Also das sind ja... Ja, da geht's noch. Ja, da geht's noch. Ja, da geht's noch. Ja, steig lieber ab. Ja, da geht's noch. 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 Ja, da geht's noch.